Hallo, grüß dich zum Stimmungsbarometer für den November 2015. Zeit verfliegt, letztes Stimmungsbarometer gerade erst mal zwei Tage her gefühlt. Und viel ist los im November, zumindest habe ich viel geplant im November. Mal schauen, wie viel Zeit für die ganzen Pläne sind, also was alles neu dazukommt an Let's Plays, wo Pause ist, was aufhört und wo es vielleicht wieder weitergeht. Das schauen wir uns wie üblich im Stimmungsbarometer an. Dann zusätzlich heute das erste Mal direkt im Stimmungsbarometer der aktuelle Bericht zu Tipi, dann gleich im Anschluss und noch ein paar Worte zur Rollercoaster-Dicon World Beta, weil die paar Minuten Videoschnipsel, die ich da aufgenommen habe, die haben sich eigentlich kein eigenes Video verdient, darum hänge ich das hinten noch hier dran. Also wenn es interessiert, dranbleiben oder direkt vorspringen. Also legen wir los. Was haben wir vor? Im November. Es läuft im Moment als endlos nach wie vor Cities, Skylines in Steinfeld und in Seeholz, wobei das heißt ja vermutlich nicht mehr Seeholz, sondern ein bisschen anders. Aber das müssen wir noch entscheiden, wie wir die Regionen, wie wir die Städte nennen, beziehungsweise die Dörfer. Bei Seeholz habe ich ja ein bisschen andere Pläne als wie bei Steinfeld. Ich denke mal Steinfeld wäre mal so nach und nach ein bisschen auslaufen lassen oder mal auf Pause schicken. Sind wir jetzt ja schon in der neunten Season bald mal 100 Folgen auch schon zusammen oder nicht mehr allzu weit davon entfernt. Das heißt da am Päuschen und dafür Seeholz so schön gemütlich regelmäßig weitermachen. Aber zwei Cities, Skylines, Let's Play parallel ist vielleicht doch ein bisschen zu viel, weil andere Dinge warten auch drauf, gespielt zu werden. Unter anderem Rollercoaster Tycoon. Immer wieder kommt eine Folge. Ich glaube, das werden wir auch für eine gewisse Zeit so beibehalten. Mal schauen. Rollercoaster Tycoon World, wie schon gesagt, da ist ja die Beta jetzt da, beziehungsweise gab es ein Beta-Wochenende und nicht mehr ewig lang, bis es rauskommen soll. Ob wir da einen würdigen Nachfolger haben? Ich weiß es noch nicht. Das heißt, wenn Rollercoaster Tycoon World wirklich gut wird, dann vielleicht löst es Rollercoaster Tycoon 3 ab. Aber im Moment bin ich da noch ein bisschen unsicher. Da werden wir eher, glaube ich, auf das warten, was Frontier so vorhat. So, als Missionen und Serien haben wir Cosmonautica. Da würde ich sagen, schauen wir einfach, dass wir es fertig bekommen. Möglichst bald. Ich glaube, es dauert nicht mehr ewig. Dann haben wir da wieder einen Platz frei für was anderes. Checkliste, Notizblock, beziehungsweise Notizblock Kompakt und Tellerrand gibt es ja laufend. War auch einiges los. Im letzten Monat bin ich ganz zufrieden mit der Menge. Und werden wir auch schauen, dass wir es weiterhin beibehalten. Die nächste Checkliste ist ja direkt morgen, anno 22.05. Cultures 2, da war jetzt eine Zeit lang nichts mehr, aber ist nicht eingestellt. Eingestellt, keine Sorge, werden wir auch gelegentlich mal weiterspielen. Und Grand Ages, na jetzt aber, heute scrollt es ein bisschen heftig. Grand Ages, da bin ich momentan noch recht motiviert zum Weiterspielen. Ich denke, das werden wir auch schauen, dass wir es fertig bekommen. Gefühlt sind wir da auch nicht mehr ewig weit vom Schluss entfernt. Wobei, das bezieht sich jetzt auf die Mengenaufgaben, die noch kommen. Die Größe der Aufgaben, die steigt natürlich unter Umständen, wenn es dann heißt, erreiche Level, was auch immer. Und der ist dann Stunden entfernt. Das ist zwar nur eine Aufgabe, aber eben eine lange. Das werden wir sehen. Vielleicht können wir da auch was rausschneiden. Aber lassen wir mal auf uns zukommen. Simutrans, da hatten wir gerade jetzt wieder eine Folge. Da möchte ich schauen, dass wir noch ein bisschen was spielen. Und dann werden wir es ablösen mit A-Train, würde ich sagen. Tropico 5 wird wieder fleißig danach gefragt. Die Erweiterung, die werden wir auch fertig spielen. Mal schauen, ob wir das schaffen in den nächsten ein, zwei Monaten. Die Chancen stehen mal gut. Ja, und was kommt dann noch bald? Ich habe schon gesagt, A-Train 9, aber auch Anno 22.05 wäre so ein Kandidat für die Kampagne. Es ist jetzt so, ich habe die Kampagne schon durchgespielt, wegen der Checkliste. Ich hatte eine Review-Version und habe da, ich würde mal sagen, drei Abende lang recht flott gespielt. Und die Kampagne mehr oder weniger durch. Und ich würde sie eventuell nochmal spielen, weil ich viel gelernt habe. Weil man viel optimieren kann. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir schwer getan habe, das durchzuspielen. Aber es war ein bisschen schlampig und an manchen Stellen etwas kantig und holprig. Und das nochmal schön geplant angehen, mit ein bisschen Feedback und ein paar Wünschen, wäre ganz okay. Soviel schicke ich mal voraus. Zu Anno 22.05 bis zur Checkliste morgen. Es spielt sich recht anders wie die anderen Teile. Also es wurde einiges geändert. Es ist wesentlich einfacher geworden und simpler, wie ich finde. Dafür hat es in ein paar Stellen mal gute neue Ideen, die auch ganz viel Spaß machen. Aber mal schauen, vielleicht starten wir die Kampagne mal und machen dann nach ein paar Folgen, also nach zehn Folgen vielleicht eine Pause, wenn es sich herausstellt, dass es nicht allzu gut ankommt oder zu langweilig ist oder was auch immer. Aber das können wir ja noch ein bisschen entscheiden. Ja, E2.09 habe ich schon gesagt. Und dann hätten wir noch ein paar Dinge, die aktuell auf Pause sind. Ich überfliege es mal schnell und überlege, ob man da irgendwas noch nennen sollte. CSA 4 habe ich ab und zu wieder Lust, aber wir haben so viele andere Sachen. Da werden wir im Moment mal nichts machen. Faktorio wird oft gefragt, aber da warten wir auch noch, würde ich sagen. Dann hätten wir noch Industriegigant. Aber ich glaube, da haben wir momentan genug andere interessante Sachen im Programm. Prison Architects werden wir irgendwann mal eine neue Season starten. Und Sieben Hospital schauen wir auch, dass wir noch fertig bekommen. Der Rest, sprich Evil Genius, Faktorio, Big Pharma und so weiter. Das legt man alles für den Moment auf Eis. Und nach einem Livestream wird ja auch oft gefragt. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal das Gefühl habe, dass ich jetzt endlich wirklich Zeit und Energie habe, da mal ein paar Stunden aufzubringen an einem Wochenende. Und dann werden wir das sicher irgendwann wieder machen. Dann würde ich sagen, hammer das Stimmungsprogrammator durch. Dann kommt jetzt noch der Tipi-Teil und nachher ein paar Worte noch zu dem Rollercoaster-Takon-Beta-Wochenende. Also, auf 100 Euro sind wir mittlerweile schon bei Tipi. Vielen, vielen Dank dafür. Und wer jetzt gar nicht weiß, um was es bei Tipi geht, am besten das erste Video dazu schauen. Ich werde es verlinken. Und eines sollte man beachten. Im ersten Video nenne ich ein paar Ziele, die ich hätte bei Tipi. Das hat sich mittlerweile geändert. Ich habe noch mal nachgedacht, noch mal gegrübelt, noch mal mit den Kollegen gesprochen. Und das ist jetzt ein bisschen ein anderer Mix geworden. Auch das Feedback von den Zuschauern hat das sehr geholfen, weil einige gemeint haben, ja, nur Werbung. Was tun dann die, die bei Tipi nichts zahlen können und mich trotzdem unterstützen wollen? Die können das dann nicht mehr, weil da gibt es keine Werbung mehr, die man schauen kann. Ist ein gutes Argument. Deswegen habe ich es jetzt so gemacht. 50 Euro, das Ziel, Vollbildwerbung kann man weiterhin wegklicken, kann man wieder wegklicken, so muss man sagen. Das gibt es immer noch. Das heißt, wenn die 50 Euro zusammenkommen, das war ja jetzt in beiden Monaten der Fall, dann stelle ich eben die Vollbildwerbung so ein, dass man auf den Überspringen-Button klicken kann. Das heißt, für jeden besteht dann die Möglichkeit, selber zu entscheiden, schaut er die Werbung oder schaut er sie nicht. Wenn er sie schaut, gibt es einen einen oder anderen Cent für den Kanal, wenn er sie nicht schauen will. Dann macht das auch nichts, weil Tipi mit dem ersten Ziel, 50 Euro, das federt das Ganze ja ab, wenn die Werbung eben da nicht mehr geschaut wird. Die höheren Ziele, die habe ich jetzt allerdings angepasst. Und ich glaube, ich habe zwei nette Sachen gefunden. Das 80-Euro-Ziel, das ist Kickstarter und Co. Das heißt, ab jetzt, jeden Monat, wenn 80 Euro zusammenkommen, und das war jetzt auch zweimal schon der Fall, dann werde ich ein Spiel bei Kickstarter oder einer ähnlichen Plattform, Indiegogo oder so, backen. Und da würde ich sagen, ihr entscheidet am besten mit oder macht Vorschläge, welche Spiele wir da backen sollen. Einfach in die Kommentare einen Link posten oder eventuell einfach den Spielennamen oder den Projektnamen nennen. Ich schaue es mir dann an und dann werden wir eben zwei Spiele unterstützen mit je ungefähr 30 Euro. Und falls Sie da mal rauskommen, natürlich ein Video auf dem Kanal machen. Muss jetzt auch nicht unbedingt eine Wirtschaftssimulation oder Ähnliches sein. Einfach ein spannendes, interessantes Projekt, das unterstützenswert ist. Und da werden wir dann ein bisschen was investieren. 30 Euro deswegen, weil ich gesehen habe, bei den meisten Spielen ist das ungefähr der Betrag, ab dem man Alpha oder Beta Zugang bekommt. Und das nächste Ziel, das habe ich auch angepasst, das dritte Ziel ist momentan bei 110 Euro, also nochmal 30 Euro mehr, werde ich eventuell noch ein bisschen anpassen. Das ist Humble Bundle. Da hätte ich mir gedacht, ich kaufe einfach, weil ich es ja sowieso mache, regelmäßig das Humble Bundle. Allerdings mit dem Unterschied, dass ich wesentlich mehr fürs Humble Bundle zahle, als wie man zahlen müsste. Und beim Humble Bundle kann man ja entscheiden, wohin welcher Betrag geht. Und ich würde einfach sagen, ich kaufe es zum vorgeschlagenen Preis, lege aber dann was drauf. Und das Ganze stelle ich dann so ein, dass der Betrag, der drüber ist, eben an die Charity geht. Bei Humble Bundle teilt es sich ja, wie viel bekommt Humble selber, wie viel bekommt der Hersteller oder der Entwickler vom Spiel und wie viel bekommt die Charity. Das wechselt ja auch regelmäßig. Also würde ich sagen, haben wir da auch einen netten Zweck, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Und trotzdem bekomme ich ein paar Keys zu interessanten Spielen, wo vielleicht auch immer wieder was dabei ist, was man herzeigen oder auch her schenken kann. Und das vierte Ziel, das ist ja noch ein bisschen in weiterer Entfernung, das lasse ich im Moment einfach noch undefiniert und höre mir ein paar Vorschläge an, beziehungsweise grübel da noch, falls wir das mal erreichen, was wir dann mit dem Betrag anfangen werden. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Beiträge. Super Sache, dass das so toll läuft. Freut mich und auch schön, dass man sich da ein paar nette Ziele überlegen kann. Ich hoffe, die aktuell definierten Ziele sind ein bisschen besser, wie die, die ich mir ursprünglich ausgedacht habe. Aber ich höre mir da auch immer gerne ein paar Wünsche und Vorschläge an. Gut, dann kommen wir jetzt zum Rollercoaster der Kuhn-World-Teil. Da lasse ich jetzt im Hintergrund so ein bisschen ein Video laufen, wo ich da einfach beim Rumbasteln mitgeschnitten habe und aktuell für alle, die vorbestellt haben. Und ich sage gleich dazu, ich rate davon ab, vorzubestellen, weil es ist erstens mal nicht billig und zweitens weiß man nicht, was man sich da einlässt. Und drittens ist das, was man hier am Beta-Wochenende jetzt spielen oder testen kann, sehr, sehr wenig für das, dass es heißt Beta-Wochenende. Abgesehen vom begrenzten Zeitraum, das Ganze läuft ja nur bis Montag-Mittag oder Montag-Nachmittag, Montag-Abend. Und man kann eben nur ganz, ganz wenig Sachen ausprobieren. Das heißt, es ist eine Sandbox, wo man Straßen bauen kann oder Wege bauen kann. Man kann dekorieren und man kann Coaster bauen. Das ist es mehr oder weniger. Und das Coaster-Bauen soll eben demonstrieren, wie funktioniert das Bauen an sich und wie ist die Physik-Simulation. Und ich muss sagen, das Bauen an sich ist doch ziemlich gewöhnungsbedürftig. Es basiert mehr oder weniger darauf, dass man einen Streckenteil zieht und bei diesem Streckenteil einstellt das Ziel, wie hoch soll es sein und wie soll es gedreht sein und zwar auf alle drei Achsen bezogen. Das heißt, man kann es kippen, neigen und so weiter. Und entsprechend setzt man das Stück für Stück zusammen und kann so eben Rampen rauf, runter, geneigte Kurven und so weiter bauen. Also man kann sich da ziemlich austoben und das wirkt im ersten Moment alles ganz, ganz toll. Aber irgendwie vermisse ich doch das modulare Bauen vom Rollercoaster Tycoon 1 bis 3. Vor allem vom Rollercoaster Tycoon 3. Da war das ja richtig toll gelöst, wie ich finde. Und die ganzen Spezialteile, die man da hat, die gibt es, schätze ich mal, beim World dann auch. Ich hoffe es zumindest. Zumindest im Moment gibt es da nur drei Teile, die man da einsetzen kann und das sind bei jedem Coaster mehr oder weniger dieselben, so wie ich das gesehen habe. Die Strecke an sich kann man natürlich auch modifizieren, kann man Zugseile einbauen oder Bremsen oder Beschleunigungsteile. Und so gesehen kann man schon einen netten Coaster zusammenbauen, aber irgendwie fühlt es sich nicht nach dem grübeligen Puzzle-Spiel, wie baue ich da jetzt was ran und schaffe ich das noch mit der Geschwindigkeit und bin ich da dann nicht so schnell an, wie es beim Dreier war. Also man hat zwar jegliche Freiheit, aber irgendwie habe ich doch gern ein paar mehr Restriktionen. Natürlich kann man auch jetzt beim Rollercoaster Tycoon World einen Coaster bauen, der nicht funktioniert, wo die Wagen nicht den Hügel raufkommen oder wo den Leuten viel zu schlecht wird. Also die ganzen Werte gibt es natürlich auch wieder. Das sieht man dann auch bei den Testresultaten. Aber eben, ja, schwierig zu sagen. Mich reißt es irgendwie noch nicht so ganz mit. Und es gibt auch so ein paar Dinge, die ein bisschen seltsam sind. Zum Beispiel bin ich nicht drauf gekommen, wie ich ein Teil der Strecke austauschen kann. Also wenn man ein Teil löscht, dann werden einfach die zwei Teile davor und danach miteinander direkt verbunden. Ich habe da keine Möglichkeit gesehen, da dazwischen was einzusetzen, aber vielleicht einfach nicht lang genug geschaut oder probiert, oder das kommt erst noch, kann natürlich auch sein. Also im Moment für das, dass es relativ bald rauskommen soll, im Dezember dürfte es, glaube ich, schon soweit sein, Ende Dezember, müssen sie noch ordentlich was machen. Ich schätze mal, dass es schon ordentlich viel Content natürlich gibt. Also es gibt eine Menge Buttons, die nicht funktionieren, obwohl ich mal annehme, da gibt es schon was dahinter, was jetzt auch in der Beta noch nicht mit ausgeliefert worden ist. Also natürlich normale Rides bauen und Getränke und Essensstände und Infostände und was auch immer. Und die Leute laufen auch nur momentan als so Geisterwesen da durch die Gegend. Ich schätze mal, da kommt auch bald noch was. Es gibt ja noch ein zweites Beta-Wochenende und ich nehme an, da kann man dann schon ein bisschen mehr anschauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist natürlich jetzt ein bisschen voreingenommen, weil Atari da einfach rumgebastelt hat mit Rollercoaster der Kun World, jetzt mittlerweile der dritte oder vierte Entwickler schon an dem Spiel dran, was irgendwie jetzt nicht, wie soll ich sagen, das beste Gefühl mir da gibt. Ich glaube fast, Planet Coaster von Frontier wird das bessere Spiel. Also zumindestens traue ich einfach Frontier da viel mehr zu. Sie haben immerhin Rollercoaster der Kun 3 rausgebracht und das war ein super, super, super tolles Spiel. Und ich habe ein paar Entwicklervideos jetzt geschaut von Planet Coaster und von Frontier und man hat einfach das Gefühl, dass die da mit viel mehr Liebe dran sind, viel mehr Liebe zum Detail, viel mehr Fokus auf die Besucher des Parks. Also da schaut es einfach jetzt schon so aus, als hätte der Park viel, viel mehr Leben. Bei Rollercoaster der Kun World kann man vielleicht tolle Coaster bauen oder komplexe Coaster bauen oder was auch immer. Aber der ganze restliche Park, auch wenn man da kurvige Wege bauen kann und was auch immer und tonnenweise Deko, wirkt so ein bisschen statisch. Und bei Frontier, das Entwicklervideo, wo er ihm zeigt, wie die Besucher sich verhalten, das war schon ziemlich beeindruckend. Und man hat einfach das Gefühl, da steckt einfach Leben drin im Spiel. Und auf das bin ich schon super gespannt. Und ich habe das auch schon getwittert. Mich würde es nicht wundern, wenn wir bei Rollercoaster der Kun World und Planet Coaster dasselbe Phänomen haben, als wir bei SimCity, dem neuen SimCity und City Skylines. Wo SimCity rauskommt, jeder sich darauf freut, dass total gehypt wird. Und es läuft sogar gleich jetzt ab mit der Beta. Das war ja bei SimCity auch so. Da gab es nur so einen Tag oder zwei, drei Tage Beta, wo man sich das Spiel eben anschauen konnte. Eingeschränkt und das war's. Atari macht das im Prinzip jetzt gleich. Frontier, glaube ich, möchte eine etwas erweiterte Beta machen. Zumindest alle, die jetzt vorbestellen, können dann im Frühjahr mal ganz intensiv reinschauen. Und eben Rollercoaster der Kun World kommt auch früher raus. Das heißt, im Endeffekt hat da Frontier auch noch Zeit, da ein paar Dinge auszubessern. Wenn Sie sehen, das hat Atari eben nicht gut gemacht. Und mein Spruch bei Twitter war ja auch, ich habe das Gefühl, Atari macht ein Spiel, von dem sie wollen, dass die Spieler es mögen. Und Frontier macht einfach ein Spiel, das die Spieler mögen. Also die haben da einfach, die Leute sitzen im Studio, die das richtige Gefühl dafür haben, was wir eben haben möchten und die auch selbst Spieler sind. Und bei Atari habe ich das Gefühl, nicht grundsätzlich immer. Aber wer weiß, vielleicht werde ich ja eines Besseren belehrt und werden uns Rollercoaster der Kun World bei der nächsten Beta, schätze ich mal, in einem eigenen Video anschauen, für den Fall, dass es genug hergibt. Und dann natürlich, wenn es rauskommt, etwas genauer begutachten. Und bis dorthin würde ich sagen, Geduld, Geduld, muss keiner jetzt Vorbestellung Geld ausgeben. Das ist momentan noch rausgeschmissenes Geld, wenn man sich da erwartet, dass man da einen tollen Park schon bauen kann, ein Wochenende lang. Und ich würde sagen, das ist noch nicht wirklich der Fall. Gut, dann haben wir alles durch. Und ich mache es schnell an der Stelle und wünsche, wie üblich, alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschapf, ihr Denk. Und baba.